Der Leckerbissen für alle Ringsportfans. Das Playoff-Viertelfinale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Ringen. ASV Mainz 88 gegen den bärenstarken SV Trieberg. Am Samstag, 18. Januar um 19.30 Uhr. In der Arena Sporthalle am Großen Sand in Mainz-Mombach. Attraktiver Ringsport und Rahmenprogramm mit den Chaote Cheerleadern. Außerdem leckeres Essen und Trinken. Seien Sie dabei. Samstag, 18. Januar beim ASV Mainz 88. Am Samstag, 18. Januar beim ASV Mainz 88.